Willkommen zu der echten Edition vor dem Speed-Dating hier im Hotel Bellevue zu feinen. Die sind in der neuen Teil für einen neuen Flucht- oder Beziehungspartner zu fangen. Heute soll ein Degelchen sein Döpfchen fangen. Aber wie weiß, vielleicht wird den einen oder anderen in der neuen Nacht eng umschlungen mit seinem neuen Partner in der Landstuhre. Mit dem romantischen Blick auf den Kind bliecht ein feiner Schloss. Ganz voll läuft die Spaziergäune. Wenn ihr die Schäle geht, geht es los. Ihr könnt dann ihre Masken austauschen. Die hat sieben Minuten Zeit, euch ihrem unbekannten Gegenüber von ihrer besten Seite zu weisen. Ihr bleibt mir nicht mehr zu sehen. Weißt ihr, wie ihr seid? Hallo, wir sind Lissi. Ähm, ich bin 27 Jahre alt. Ähm, ich hoffe, dass ihr viel zu sehen. Aber ich habe nicht so viel zu sehen, ob mich auch viel zu sehen. Also, das ist eigentlich mehr interessant, weil wir eine Freizeit machen. Und zwar... Die Sau. Gliff, so sei es zu mir. Oh, pardon. Nein, nicht du. Ein Kollege hat mir gerade ein Foto von seiner neuen Maschine geschickt. Okay. RR 5,2 FSI. Das ist deine Fliege. Vergiss. Das ist ein Auto. Ähm, also Auto. Ist das dein Hobby oder schaffst du das an ihrem Bereich? Na ja, ich schaff' einander. Hey. Ey, so meinet, das ist das Foto, wie ihr denkt, oder? Ne, zähl mal keinen. Komm, Loh. Ja, klar. Wie lange dann? Ja, mir, du zählst mal ein bisschen nach neischt. Ja. 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 Was soll das? Was soll das? Wir sind nicht heute für meine Kollegen, die werden nervig sein, wenn sie schwitzen. Das ist nicht hart. So, was müsst ihr an dem lieben? Also, wir sind dann nicht ganz 20, aber ich... Ich will euch schon so lange Gesicht hören. Du warst die Sonne-Brille an. Na ja, eben Moment. Hey Ärste. Oh Nö. Da ist noch jemand, der im Scheiß betit. Ja, ich kann wirklich nicht mehr hören. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Na, geht's gleich drauf! Was soll da einhauern? Oh, komm! Heute mal leid, ich kann wirklich schon Sachen tun. Wenn dann endlich in die Runde geht, dann ist die Freundin. Und dann wird gesappelt, ich werde den letzten Dreck. Dann geht mein Dobby's rum mit mir durch. Ich hoffe, du bist nicht so, oder? Nein, 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 das ist nicht so. Wir schauen, und du willst einfach die Prüfung tun. Du musst schon natürlich die passenden Posten für Fanden. Und es sind extra drei Wochen das Geld geräst für die Posten. Und ich versuche noch den Tisch dabei. Willst du gerne mal ein Gesinn? Ja. Ja. Was ist das mit der Post? Ah, ja, das ist ein Scheib, ja. Ein Wunderschön sogar. Ich bin mir sicher, du bist wie so drei oder fünf. Oder nein, 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 nein. Lass mich ruten. Die kennt bestimmt alles mal an. Ja, genau. Wie weißt du das? Was? Was doch für Tischkollektion. Von wer seid ihr dahinter gefahren? Das hört sich alles gut an. Versteh mich nicht falsch. Aber du schweißt die ganze Zeit über die selbe Sachen. Da gibt es doch bestimmt auch eine interessante Zeit. Ja, natürlich. Dann zählen wir. Dann zählen wir! Unser Name! Du musst doch weiter mit deinen Blöden, A7. R.A. Nein. 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 Vier, ich bin ein maler Typ. R.A. Nein. 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 Nein, 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 das ist Chocolat. Hilfst du dir noch? Ich will ein Eischkies wieder nehmen. Merci. Han, wie schmeckt das? Ich bin ein Eischkies. Ja, ich bin ein Eischkies. 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 Mit einer Tro!*n von 7,5%. Sport, Laufen. Derавай Department, an 30 Minuten. Wichtig valide Sus jer, Sie wegfielten etwas lunchen, Äh, nein. Was wären dann die Vierdele, die ihr gingen für das Beziehung qualifizieren, respektive die die Mord an diese Projekte herbringt? Und was ist denn? Ähm, naja, äh, ich bin Georg, ich bin 21 Jahre alt, ich, ähm, die E-Meter von der Nacht ist groß, ich, ähm, ich schaffe nur bei einer Bank und ich verdiene nur ungefähr 50.000 Euro die Jahre. Ich, ich gucke gerne Sport. Ich, äh, ich koche gerne. Und das schmeckt einfach super. Ja, du hättest doch den Kästchen drüber gekänt, und der schlittert den Hof. Ach, das war so knusprig, den Ohren. Nein, ich bin so hungrig. Ich gebe dir eigentlich ganz so gut jetzt. Ja, gut, wer gut. Boah, äh, das klingt ja alles ganz locker. Aber, äh, musst du nachher besagen, schon länger Freizeit. Spruch zum Beispiel. Äh, ja. Äh, ja. Ich kenne jetzt besonders mit zwei Kollegen trüppeln, denkst du schon, ne? Das letzte, wo wir noch in der Stadt, hat man noch kleine Restaurant fanden, ja. Da haben wir dann riesige Buffet gehad. Mit Homer, Küche mit Somo, Krovetten vor und vor, mit lauter Dipps, was es kostet hat. Jummi, seit wenigen gehört Essen zum Spruch. Äh, wo hat die Stadt denn da? Naja, äh, ich meine, äh, ich meine, äh, ich sag dir ja, dass die Gärgut ist, ne? Du willst nur eben diese Blatt Salud essen, oder so. Ich weiß nicht, wie die, die Tropen unten, auf den Coveren da. Die sind doch krank, äh. Das war krank. Und ihr reing Pizza bestellt? Ja, natürlich. Ich meine, na wuch! Heike, da fängt Pizza an der Restaurant, komm mal los! Bis du gesagt, dass du gar nicht so schlecht hast. Der sieht mehr weit wie die Jahre. Wow! Wie weit sind ich da kommen? 20 Prozent. Ui, nur 20 Prozent? Ja. Ja. Ja, äh, was ist denn mit meinen Hausmannskalitäten? Ja, vielversprechend. Mir die hat zweimal gesappelt. Das du, das geht gut nicht. Ja, mir, äh, ja. Merci für eure Zeit. Mehrere Fleisch von den Nähn. Ja, ich fand auch gar nicht fertig. Wie soll er das tun? Wie soll er das tun? Mein Name ist Jean-Mathieu Delagardel. Ich bin Neuroplastischen Prostatenschirurg. Und ich bin auch seit 2004 Jahr Präsident von der Letzebäer Dokterevereinigung. Und ich war immer zwei Jahre mit Mädecin Sans Frontier in Guatemala. Hier habe ich mega ein, und das hat mich richtig passen und das ist ein Pyridae. Das ist ein bisschen wie ein Papillow. Das ist mir klein, und ich hatte nur noch ein ganz anderes Fäufmuster. Schwarz, gering, schwarz, gering, dunkelrot, blu, schwarz, weiß, gel, rot. Tut gut. Mokka. Mokka ist definitiv den Pfaff. Wie werden wir denn am Mutz? Jetzt haben wir gewisse von dir. Du besuchst euch. Ist sie gern? Mokka. Nur wenn man seinen Goodboy nicht schlubbt. Mokka. Mokka, falls gut sie denken an. Ich weiß nicht. Ich freue mich, ob das wirklich ein cooler Leid ist. Ich muss das aber wissen, weil... Ich bin nur noch zwei Punkte in meinem Weight Watchers Programm machen. Ein normaler Kohler hat auf der Feier. Garçon. Mokka. Meine sind Sandra. Und wir sind an Versace-Club-Plezebusch. So. Kann ich mir alles nicht trainieren sonst? Für ein Disco gehst du mal raus. oder? Schnell's. Schnell's. Ja, die sind nicht dran. Ich finde Legolas, 87. Mhm, ich bin Schneewitsch. Und Lego Maus, Lego Laus. Legolas, 87. Wo war's denn? Mein IP ist 151, 251, 111, 005. Du, Baselot, mein Sklavin. Mein Geh, ne, weiß ich doch nicht. Guck mal den Hund. Pass auf den Nieren ab. Du hast ein Flüssigkeitsproblem. Und mein Ding, nein. Durch den Durab's nicht. Musik Ich gucke ein Seid am Leben. Kollegen haben sie auch keinen. Raus gehen sie nie. Meinst du dann? Da waren sie nicht langweilen. Da hübschen ich mich. Du warst aber cool! Musik Musik Hey Maas. Hey Stuppe. Anna. Wie wäre es? Ich freue mich nicht noch. Zeig euch. Sie sind morgen gelandet. Hey. Ich freue mich. Hey. Ja. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich. Ja. Jeg kam selbst. Wir hatten die painter. Nein. Samy, was willst du denn an der Böne schlupfen? Ich werde das gleich so panisch, aber ich werde schon gleich aufzünden. Das war lecker. Oh, panisch, das ist mein Spezialität. Super. Ich werde das gleich so panisch, wenn du die Schicksal mit ihm geschehen. Ich werde den Schicksals mit Böneamientos geben, Untertitelung des ZDF, 2020